Fallen die Einkommensgrenzen für Witwenrenten im Jahr 2023 auch weg, so wie bei den Altersrenten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe am 8. Dezember 2022 eine Mailanfrage bekommen. Und zwar fragt da die Dame an, ich hätte eine Frage zur Gesetzesänderung bezüglich Hinzuverdienst zur Rente. Ich beziehe Witwenrente und mein Lohn wird hierauf angerechnet. Fällt diese Anrechnung ab 2023 auch weg? Muss ich da irgendwie dann einen Antrag stellen? Vielen Dank für Ihre Auskunft. Nein, meine Dame, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Die Hinzuverdienstgrenzen, die ab 2023 wegfallen, gelten grundsätzlich nur für Altersrenten. Die Einkommensgrenzen für Witwen, Witwer oder Erziehungsrenten, die im § 97 SGB VI geregelt sind, haben nichts mit den Hinzuverdienstgrenzen der Altersrenten, die bis zum 31.12.2022 gelten, zu tun. Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe. Also hier haben wir es mit einer völlig anderen Situation zu tun. Die Einkommensgrenzen bei Witwen oder Witwerrenten fallen grundsätzlich zum 1. Januar 2023 nicht weg. Sie bleiben so, wie sie jährlich angepasst werden zum 1.7.2022. War ja wieder eine Anpassung bestehen in der entsprechenden Höhe. Wir haben entsprechende Hinzuverdiensteinkommensgrenzen West und Ost und die richten sich nach dem aktuellen Rentenwert und multipliziert mit dem 26,4-fachen. Also, leider nein. Der Gesetzgeber hat hier wirklich nur den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für die Altersrenten, für die vorgezogenen Altersrenten zum 1.1.2023 geregelt. Näheres zu diesem Thema finden Sie, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und einen schönen dritten Advent. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und einen schönen dritten Advent.